Ritka-Fjuh Ich guck mal, ob den... Ich glaub, der Zirkel ist es wieder nicht. Ich glaub, der ist entfernt worden. Nee, es ist der Zirkel. Jawohl. Spinde unten sind frei. Wo mach ich an? Ist an. Oben sind keine Spinde frei. Der Zirkel der Liebe, ich glaub es nicht. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Da war das in meinem Ohr einfach. Und wir müssen natürlich kein Geisterfoto machen. Voll. Das ist immer so irgendwie, hab ich das Gefühl. Oh, ein Pupsnüschen. So, ja, hier. Hier bin ich. Ich hab' nen Knochen. Oh. Wo bist du, Geist? Hallo? Gib uns ein Zirkel. Mach' ein Piep. Oder Mäp. Mäp, mäp, mäp. Mäp, mäp. Hast du hier oben das Licht dann gemacht? Oben? Oben im Gang, ja. Nö. Ganz sicher. Da hab ich's nicht angemacht. Safe nicht. Ey, wirft hier auch was. Ja, ja, da hat er irgendwo hier ein Balkon gefuckt. Das ist ja hier oben. Klopfen's Fenster. Verrühre eine Tür. Geben's ein Zeichen. Sag dem Geist aus meinem Keller, klopfe an dein Fenster. Ich hab' hier ganz hinten, ganz harte, ganz steife. Nippels. Aber was für welche. Hohohohohohohohoho. Was? Grass or Christ. Ich muss hier raus, ich hab' Angst, dass die abfallen. Da hinten. Ah, hinten. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Warum bist du hier? Möchtest du ein Bier? Du musst vielleicht rückwärts mit den Räten. Nö. Heute nicht. Weiß er wieder nicht. Er huntet. Ich bin tot, alter. Ja, war auch. Ich bin tot. So fucking tot schaff' ich niemals. Ich nehm' alles zurück, ich schaff's. Alter. Wo heilige. Aber es läuft normal schnell. Also kein Moroi. Oder Ravi oder Hantu. Okay. Okay. Ähm. Jo. Schade würde ich auch schon rausnehmen. Puh. Kurz ins nicht vorhandene Hös hingeschissen. Huch. Ich hab' mir vorgenommen immer nackt zu spielen. Da macht man sie nicht mehr in die Hose. Sag' ich dir doch schon die ganze Zeit. Immer nackt spielen. Da kannst du deine Hose nicht voll kleckern. Ist so. Voll smart. Bring' mal Salz mit. Huch. Du willst die perfekte Salzung machen? Hauptsache ich hab' vor lauter Schreck immer noch die Kamera in der Hand gehalten, ne? Aber irgendwas anderes hab' ich fallen lassen. Das ist auch gut. Ich glaub' das EMF hab' ich fallen lassen. Ich weiß auch gar nicht, wo es ist. Liegt das da oben noch? Ja. Da oben noch. Liegt Salz drin? Oh. Was hat... Really? Will der mich verarschen? Will der mich... 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 Hier. Die hier. Ne, die ist doch... Alter. Die hantet schon wieder. Was ist denn mit der bärtigen alten? Was ist denn mit ihr? Keine Ahnung. Die hat vielleicht extra starken Ausfluss. Alter. Ne dumme Ziege, ey. Es hat uns nicht gekriegt. Es hat uns nicht gekriegt. Ich hab' jetzt dann keine Lust mehr. Das sag' ich dir gleich, gell? So eine nervtötende Bratze. Das kannst du aber laut quietschen. Vor allem jetzt hast du... Wir haben ja da hinten Salznei geballert. Und die fängt permanent hier mit Tanten an, die Eule. Okay, warte. Was haben wir denn da? Das ist schade. Hab ich raus. Rebi, hab ich raus. Hantu, Moroi. Hantu nicht. Ne, die hab ich rausgenommen. Achso, ja. Ja. Mimik würde ich aufpassen. Ich hab' bis jetzt noch nichts Irbisches gesehen. Vielleicht wirklich Dämon oder Jurei. Vielleicht ist es auch ein Dämonischer Jurei. Warte mal, sie muss ja auch noch blasen, die kleine Miese. Miese Brise. Aber was für eine Miese. Bist du da? Ich war noch nie weg. Ich warte schon auf dich. Ich hab' Kuzis dabei. Wir machen jetzt eine... Die hat ein Strom ausgemacht. Also kein Gin. Das kleine Miese. Was ist denn los mit der? Oh, die hat hier geblasen im Gang. Jetzt riecht... Ich hab' ins Buch. Wollte ich grad sagen. Schau doch hier irgendwie was. Ich hab' hier ins Buch geschrieben. Ich hör' doch hier irgendwas klitzeln. Na, das ist ein Dämon. Kein Save, kein Shade, Rebi war's auch nicht und Moroi auch nicht. Ne. Ich würde ja erklären, warum er so schnell angefangen hat zu handeln, das Tote mal direkt. Aber warum bläst die Dummnus hier draußen... Die ganze aus... Ja, total blöd, die Eule. Ja. Ist halt die... Eva. Bei einem Demo unter 25% Sanity bekommen als Aufgabe. Ist natürlich auch Schmutz. Schmutziger Schmutz. Genau. Berührt ihn in der Tür und es zählt nicht. Okay. Ich gucke es hier einfach ins Haus. Ah, das ist ja deine Aufgabe. Nee. Nee, doch. Sehr schön. Na komm! Passt es doch selber. Ihr seid mich verarscht, das kleine Miese. Was haben wir denn noch? Reiche... Paranormal... Nee, 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 nee. So, das ist ja nichts... Hm, was machen wir denn nun? Gehen wir oder gehen wir? Wir gehen. Okay, Oberhäuptling sagt, wir gehen, dann gehen wir. Beim Dämon Aufgaben machen ist immer so ein bisschen... Naja, naja, naja. Weil er dich immer in den Hintern beißt. Er macht... Ah, das ist doch cool! Nee. Du machst auch gern nom nom nom. Nö. Ja. Nö. Welcome back. I've got to go back to you. Welcome back, there's some jobs ready for you. Wer hätte es gedacht? Ein dämonischer Geist. Das ist total außergewöhnlich. Wenn du gerät sie doch viel Erfolg... Lanier, ich bin zu, wenn... ... Ich bin zufrieden.